Was viele von euch nicht wissen, ist, dass ich Miss Armenien war. Und ich hab letztens super alte Aufnahmen von meinem Auftritt gefunden. Ich war gefühlt einen halben Meter groß, weil ich drei Jahre alt war und ich hab mit so großen Jungs getanzt. Das war auch gefühlt das letzte Mal, wo ich ein Tanz hinbekommen hab. Ich hab das Ganze ziemlich positiv in Erinnerung. Würdet ihr persönlich eure Kinder dort teilnehmen lassen?